Willkommen zurück! Willkommen zu den Dance4Up Videos, Tutorials und Online-Kursen. Heute wieder mit einer kleinen neuen Kompo von mir, für euch zum Trainieren zu Hause. Erstmal machen wir Warm-Up, ganz normal, mache das bitte auch mit. Dann zeige ich euch einmal, was ihr lernt heute. Dann gehe ich wieder alle Basics einmal durch. Am Ende machen wir das dann noch einmal oder ein paar Mal zusammen, ohne Musik und dann mit Musik. Und ganz zum Ende machen wir auch noch ein klitzekleines Workout. Wir machen nur einen Durchgang von normalerweise drei. Aber zuerst bis morgen. Musik 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 Oh, 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 oh Fass uns mal wieder ganz gut Was ist denn das? Was ist denn das? High 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 Das kann man andersrum High 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 Die력st auch fests auf dem Bode, man übernift angeraden, nur den Oberkörper drehen. Und die Arme bleibt geraden. Röchtenarm hoch, linken Arm an die Seite, bleiben den Röchtenarm über den Kopf zur Seite, so dass hier Stress entsteht. Einfach wechseln, rechter Arm an die linke Seite, und einfach. Das nächste ist einfach die Brust, nach vorne raus drücken, soweit wie es geht. Brust reinziehen, soweit wie es geht, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Noch eine Runde. Arme Hände zusammen, gerade machen, Oberkörper ist gerade, und einmal nach vorne. Arme Hände. Arme Hände. Arme Hände. Arme Hände. Arme Hände. Okay, dann gehen wir in die Knie gehen, mit den Unterarmen, die Knie, die Knie, die Knie, die Knie, die Knie. Dann gehen wir in die Knie, 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 die Knie Willst du zusammen ein bisschen in die Knie gehen, einmal die Knie kreisen. Andersrum. Okay, relax. Rechten Fuß einmal aufstellen. Füße preisen. Andere Seite. Einmal rechten Fuß. Hinten festhalten. Mit beiden Händen wirklich hinten festhalten. Und einmal hochziehen. Einmal wechseln. Linker Seite. Beide Hände an den Fuß. Und einmal hochziehen. Ja, relax. Beine auf. Gehen einmal noch zu lecken. Beine runter. Rechten Fuß mit zu drücken. Einmal hochziehen. Einmal wechseln zur anderen Seite. Auch das rechte Bein. Linken Fuß mit nach oben. Und feste. Heppt von der Hand. Handgelenke greifen. Fingerspitzen nach oben, Daumen nach unten, zusammendrücken. Handflächen aufeinander, durch die Nase ein- und ausatmen, feste zusammendrücken. Das letzte ist, ein bisschen auf der Stelle laufen. Fingerspitzen nach oben, daumen nach oben, daumen nach oben, daumen nach oben, daumen nach oben. Das war euer Warm-up, wenn ihr mal kurz an euer Herz fühlt, das müsst ihr so ein bisschen pumpeln, das heißt euer Kreislauf ist in Schwung und jetzt können wir eigentlich starten mit dem ganzen Training. Das ist das, was ihr heute lernen werdet. Sieht schwieriger aus als es ist. Okay. Als allererstes wiederholen wir die zwei Top Rocks von den vorigen zwei Videos. Das heißt einmal Cross-Step, einmal Satsa-Step und wir packen noch einen Indian Twist dazu. Das heißt ich erkläre erst den Indian Twist, dann haben wir den Cross-Step, den Satsa-Step kurz und dann packen wir das zusammen. In dem Twist geht es folgendermaßen, wir fangen mit dem linken Fuß an, wir kicken, wir hüpfen auf die andere Seite und wechseln auch gleichzeitig das Bein. Und dieses Bein, das twistet jetzt so schräg nach hinten, quasi in die Ecke, dass eure Hüfte auch getwistet ist. Und ab hier wechsle ich nochmal meine Beine. Das heißt, dass mein Bein nach hinten gewechselt ist. Das ist super wichtig, das will ich da gleich sehen warum. Noch einmal, nur die linke Seite. Linke Fuß Kick, einmal Wechsel, rechter Fuß, rüber und nochmal Wechsel. Okay, dann einmal die rechte Seite. Wenn wir nach rechts wollen, fangen wir mit rechts an. Einmal Kick, einmal Wechsel, linker Fuß, geht rüber und wir wechseln den Fuß nochmal. Noch einmal rechte Seite, einmal rechts, Kick, Wechsel, rüber und Wechsel. Beide Seiten zusammen, langsam. Wir fangen mit der linken Seite an. Das heißt, ich muss auch mein linkes Bein benutzen. Links, Wechsel, rüber und Wechsel. Und wenn ich jetzt hier bin, dann springe ich wieder und ich kick gleichzeitig nach vorne. Kick und das ist mein erster Kick für die andere Seite. Das heißt, jetzt habe ich mein rechtes Bein vorne. Kick, Wechsel, rüber, Wechsel. Nochmal hier, Kick, Wechsel, rechts vorne, rüber, Wechsel, Kick, Wechsel, rüber, Wechsel. Ich stehe auf dem rechten Fuß jetzt und mein linker Fuß ist oben. Der linke Fuß kickt auch. Das heißt, ich springe quasi hier zweimal auf meinem rechten, oben oder noch einmal zusätzlich, damit ich auf die andere Seite komme. Ich wechsel, ich gehe rüber, ich wechsel und jetzt wieder rechts nach vorne. Wechsel, rüber, Wechsel und vorne. Damit das ein bisschen einfacher zu verstehen ist, machen wir das Ganze mal von dieser Seite. Ja, ich kick mit dem linken, ich kick mit dem rechten, der rechte geht rüber und das Bein wechselt. Jetzt rechts Fuß, kick wieder, ich wechsle mit dem linken, links geht rüber und einmal wechselt. Okay, nochmal nach vorne. Fünf, sechs, links fängt an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und hier wieder die Eins, um auf die andere Seite zu kommen. Noch einmal, wir fangen mit links an. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins ist wieder vorne. Okay? Das heißt, wir haben quasi vier Schritte auf jeder Seite. Jetzt fangen wir mit rechts an. Auf die rechte Seite, dann für linke. Fünf, sechs, sieben und rechts. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und eins ist vorne. Noch einmal, rechte Seite. Fünf, sechs, sieben und rechts. Links, rüber, wechsel. Links, rechts, rüber, wechsel. Und eins ist vorne. Ich gebe euch auch den Tipp, dass ihr immer diese Eins noch am Ende macht, weil dann habt ihr automatisch direkt mittrainiert, wieder rüber zu gehen auf die andere Seite. Gut. Wir cutten das Ganze in vier. Das heißt, wir bauen Zwischencounts ein. Wenn ich jetzt zähle, ich fange an mit dem linken Fuß, der kickt. Das heißt, kick und rüber und kick. Das heißt, von der Zählzeit würde das so sein. Eins und zwei und drei und vier und eins. Das heißt, ihr habt quasi nur vier Towns auf die ganze Musik, wo ich beide Seiten einmal abfrühstücke. Zusammen, linke Fuß. Eins und zwei und drei und vier und eins. Noch einmal. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und eins. Und wieder nach vorne. Noch einmal rechte Seite. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und eins. Auch hier wieder super wichtig. Wenn ihr eure Top Rocks macht, versucht in den Knien zu sein und ein bisschen auf den Fuß ballen. Hier vorne. Wie ein Boxer. Ihr wisst noch. Ja. Manchmal stehen wir auch jetzt hier beim Indian Twist auf dem ganzen Fuß auf, was nicht schlimm ist. Aber versucht in den Knien zu sein und versucht die Knie möglichst zusammen zu halten. Ja. Ich übertreibe das jetzt mal. Das heißt, ich mache jetzt meine Füße groß. Ja. Dann sehe ich halt, sieht nicht so toll aus. Okay. Deshalb versuche ich die Beine eher zusammen zu halten und habe dann auch kleinere Wege und kann mich dann auch schneller bewegen. Okay. Knie zusammenhalten. Okay. Yes. Gut. Einmal zusammen. Wir fangen erst mal an nach links und dann machen wir noch einmal nach rechts. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und eins. Rechte Seite. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und vorne. Fünf, sechs, linke Seite. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei und drei und vier und eins. Rechte Seite. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und vorne. Okay. Ihr müsst das ein paar Mal machen. Als ich das geübt habe, habe ich zwei Wochen gebraucht. Ich habe zwei Wochen jeden Tag geübt, geübt, geübt. Ja. Am Ende der ersten Woche habe ich geheult. Am Ende der zweiten Woche konnte ich es. Und irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. und dann könnt ihr auch an andere Sachen denken, während ihr das macht. Okay. Gut. Noch einmal zusammen. Erst links, dann rechts. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und vier. Andere Seite. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier und vier. Okay. Also die fünf ist jetzt die eins vorne. Übt auf jeden Fall immer beide Seiten. Weil manchmal neigt man dazu, immer nur die eine Seite zu trainieren. Das heißt, die andere Seite ist dann schwächer. Oder wenn man nur die rechte Seite trainiert, ist vielleicht die linke Seite schwächer. Und ich empfehle euch, wenn ihr eine starke Seite habt, fangt nicht mit der starken Seite an, sondern immer mit der schwachen. So trainiert ihr die Schwache und die Schwache wird zur starken Seite und danach habt ihr beide Seiten starke Seiten. Gut. Cross Step und Salsa Step davor. Wir machen die Top Rocks ganz basic und ganz locker und ganz easy. Das heißt, wir fangen an mit dem Cross Step. Wir gehen zurück. Eins, zwei, drei, vier, kommen von hier aus in den Kick und gehen in den Salsa Step. Andere Seite auch. Kick in den Salsa Step und dann fangen wir mit der linken Seite an. Kick, Twist, Kick, Twist. Nochmal, Kick, Twist. Aber jetzt bleiben die Füße so. Das heißt, beide Füße sind auf dem Boden und unser Oberkörper ist ja leicht nach vorne gedreht. Wir verlieren nie unseren Fokus vorne. Und dann drehen wir uns auf. Bumm. Machen die Füße auf. Nochmal zusammen. Fünf, sechs, sieben, langsam. Eins, zwei, drei, vier. Fünf und sechs, sieben und acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs, sieben, acht. Noch einmal von vorne. Fünf, sechs, sieben und Cross Step raus. Bisschen schneller. Und eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben und acht. Eins und zwei und drei, vier, fünf und sechs und sieben und acht. Das kommt gleich nochmal wieder. Jetzt widmen wir uns dem Go Down. Diesen Go Down habe ich von Break Free. Shoutout an Break Free in Texas. Wenn euch das nicht sagt, Break Free, dann googelt das mal. Break Free.com ist eine Hip Hop Schule, die es in Texas gibt. Sehr, sehr geil. Mal schauen, was es in Zukunft hier in Deutschland gibt. Okay. Wir stehen hier gerade. Das erste, was wir machen, wir gehen mit dem linken Fuß runter auf den Boden. Also mit dem linken Knie runter auf den Boden. Der nächste Schritt, den wir machen, wir lockern das Knie. Das heißt, unser Gewicht ist hier auf dem linken Knie. Und wir lockern das Bein hier. Und wir setzen das Bein hinter den Fuß. Ja. So dass mein Knie jetzt quasi hier vorne ist. Ja. Noch mal zurück. Ich bin hier. Wir nehmen das Bein. Schwung raus. Und dann hier hinsetzen. Okay. Wenn ich hier bin, versuche ich den Fuß hier weiter zu drehen. In diese Richtung. Ja. So dass ich, wenn ich mich jetzt weiter drehe. Das heißt, ich öffne meine rechte Hand. Und ich drehe den Fuß hier unten unter durch. Genau. Und ich sitze jetzt hier quasi drauf. Yes. Kann die Hand wechseln. Und jetzt ziehe ich das Bein hier. Ich setze mich auf den Hintern. Und ziehe ich das Bein hier einmal durch und liege in dieser Split Position. Ja. Gut. Noch einmal langsam zusammen. Ruheln. Erster Schritt. Linkes Knie runter. Boom. Zweiter Schritt. Das Bein von außen. Boom. Hier hin wechseln. Und jetzt drehe ich mich. Ich benutze diese Hand hier. Und öffne meine rechte Hand. Und der rechte Fuß kommt unter den Hintern. Yes. Jetzt. Ich kann die Hände wechseln. Bin jetzt vorne. Das rechte Bein zieht jetzt hier unten unter durch. Sitze auf dem Hintern. Und ziehe weiter rum und bin in dieser Position. Okay. Gut. Noch einmal. Ja. Hier. Lenkes Knie. Boom. Bein hinten durch. Ja. Und diesen Schwung hier nehme ich jetzt auch mit. Das heißt, ich komme von hier und ich versuche das Bein direkt unten drunter durch. Boom. Zack. Um mich hinzusetzen. Ja. Okay. Nochmal. Hier. Fast hier runter. Eins. Zwei. Ich ziehe das Bein. Drei. Ist unten drunter durch. Und vier. Bogen ist nach vorn. Okay. Nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Linkes Knie runter. Rechtses Bein ziehen. Unten drunter durchziehen. Und nach vorn. Yes. Okay. Kleiner Tipp von mir. Ich versuche den Oberkörper gerade zu halten. Und ihr könnt so ein bisschen auf diesem Bein hier. Hier. Da. Sliden. Durchgehen. Okay. Dann kommt hier schneller durch. Gut. Noch einmal zusammen. Sechs. Sieben. Langsam. Eins. Zwei. Drei. Drei. Und vier. Okay. Noch einmal. Fünf. Sechs. Sieben. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. Yes. Das heißt. Wenn wir hier sind. Den Schwung von hier. Nehmen wir komplett durch. Den nehmen wir mit. Und wir drehen quasi das Bein unten drunter durch. Hier unten drunter. Ruhm. Unten drunter. Jetzt wieder da. Ja. Noch ein zweiter Tipp ist. Wenn ihr hier seid. Und kommt in diese Position. Und ihr wollt jetzt das Bein unten drunter durch. Schiegt die Hüfte nach oben. Ja. Mach den Körper auf. Versucht nicht klein zu lassen. Sondern hoch. Dann kommt hier leichter durch. Ja. Könnt ihr euch aber auch nach unten setzen. Das ist jetzt kein Muss. Aber das ist ein kleiner Tipp. Okay. Noch einmal zusammen. Ein bisschen schneller. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Noch einmal. Fünf. Sechs. Sieben. Und eins. Zwei. Acht. Und vier. Yes. Fünf. Sechs. Sieben. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. Yes. Good. Okay. Das heißt, wir enden in dieser Split Position. Ja. Ihr könnt auch mit dem Move machen, wo drauf ihr Bock habt. Ne. Ihr könnt das verändern. Variation reinmachen. Aber hier machen wir jetzt erstmal nur die Basics. Und wenn wir uns dann irgendwann wiedersehen. In zwei Jahren. Dann. Ähm. Dann werden wir anfangen da auch Reaktionen draus zu machen. Und euren eigenen Stil zu kriegen. Gut. Das war der Go Down. Der Top Rock sitzt jetzt noch einen hinten dran. Und zwar kommt jetzt ein Belly Roll. Okay. Ein Belly Roll bedeutet Belly ist der Bauch. Eine Roll ist eine Rolle. Das heißt, wir rollen uns über den Bauch. Dazu ist es wichtig. Ich bin jetzt schon in diese Position gekommen. Ja. Das linke Bein bleibt hier. Das ist halt gerade. Und jetzt lege ich mich auf den Bauch. Ohne dass ich meine Beine versuche zu benutzen. Das heißt, mein Bein wird jetzt hier automatisch hoch kommen. Ich lege mich hin. Boom. Das Bein kommt hier hoch. Jetzt kann ich das untere Bein durchziehen. Und ich lege erstmal hier auf dem Bauch. Genau. Ja. Jetzt drehe ich mich weiter. Die Hände sind hoch. Ich drehe mich weiter durch. Und lege in dieser Position. Es ist wichtig, dass eure Hände immer gestreckt sind, damit ihr Platz habt, euch über den Bauch zu drehen. Gut. Ich bin jetzt in dieser Position. Hier will ich auch hin. Ja. Nochmal von vorne. Okay. Ich bin hier. Ich drehe mich über den Bauch. Boom. Alles ist gestreckt. Gestreckt, gestreckt, gestreckt. Jetzt drehe ich mich über den Bauch. Meine Beine sind auch gestreckt. Ich drehe mich weiter. Boom. Und komme in diese Position. Ja. Gut. Das nochmal von der Seite. Da wird es ein bisschen klarer. Ich lege hier. Und ich mache den Arm hier auf. Boom. Auf. Ich lege mich hin. Richtig, dass ihr auf den Bauch auf. Mein Arm ist weg vom Körper. Der ist nicht hier. Das ist wichtig. Ja. Weil wenn ihr hier seid, dann habt ihr keine Chance auf den Bauch zu kommen. Ihr müsst den Arm ganz gerade machen. Ihr dreht euch über den Bauch. Boom. Okay. Wir legen hier. Und den Arm ist gestreckt. Und jetzt geht es weiter. Ja. Die linke Arm kommt hoch. Boom. Die linke Beine unten und unten durch. Okay. Nochmal. Von dieser Seite. Ja. Quasi ein 3D-Tutorial. Hahaha. Okay. Ich bin hier. Ich lege mich auf die Seite. Beine ranziehen. Boom. Bis ich hier bin. Okay. Arme hoch. Und diese Hand hier könnt ihr jetzt benutzen, um euch hochzudrücken. Boom. Ob ihr nur über den Bauch rollen. Das heißt jetzt nicht hier liegen und so machen. Den hier. Sondern rollen. Dass ihr das linke Bein aufmachen könnt. Und das rechte Bein ist hinten. Okay. Noch einmal. Und hier. Das Bein ist angewinkelt. Ich mache mich gerade. Drehe mich über den Bauch. Einmal durch. Yes. Und bin in dieser Position. Ja. Gut. Wenn ihr das jetzt am Anfang übt, wird es normal sein, dass ihr euch über die Oberschenkel dreht. Ja. Das heißt, ihr legt jetzt hier. Macht quasi das hier. Ja. Völlig in Ordnung. Mach das. Ziel ist es aber, nur auf dem Bauch zu sein. Das heißt, ich strecke meine Beine immer von der Hüfte weg. Das heißt, wenn ich mich jetzt drehe, sind auch meine Beine da durch. Und komme in eine durch. Ja. Meine Beine sind möglichst nicht mehr auf dem Boden. Die Knie auch nicht. Sondern ich drehe mich nur über den Bauch. Bin nochmal hier. Okay. Sag. Ich drehe mich rüber. Und komme in eine durch. Ja. Das Gefühl ist, dass man hier hoch geht. Ja. Über den, quasi schon fast auf dem Brustkörper. Aber diese Übung oder die Technik muss man ein bisschen üben. Übt am Anfang erstmal ganz normal über die Oberschenkel. Dass ihr ein Gefühl für die Flüssigkeit, für die Natürlichkeit der Bewegung bekommt. Lass den Körper die Bewegung machen. Drehen. Und auf. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Sieht trotzdem stylisch aus. Gut. Einmal aufstehen. Klamotten richten. Schweiß. Check. Okay. Gut. Das Ganze einmal von vorne. Ja. Das heißt, wenn man Cross-Stamp. Wenn man Salsa-Stamp. Wenn man Indian Twist. Wir drehen uns. Beine auf. Wir gehen in Break Free. Go Down. In die Split-Position. Dann machen wir einen Belly Roll. Und dann liegen wir in der Position. Danach kommt was Neues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, noch einmal 5, 6, drehen. Auf. Linkes Bein runter. Beine auf. Einmal durch. Belly Roll. Boom. Ja. Das heißt, nach dem Go Down und dem Split gehen wir sofort in die Belly Roll. Gut. Noch einmal. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wenn ihr bis hierhin mitgekommen seid, super. Falls nicht, nochmal zurückspulen. Das Ganze von vorne trainieren, trainieren, trainieren. Bis ihr in dieser Position seid und ihr wisst, okay, das habe ich auf jeden Fall schon gut verinnerlicht und kann das breaken bis hierhin. Top. Gut. Nächster Move ist ein Backspin. Ich erkläre ein Backspin, wie der funktioniert. Die meisten von euch wissen, wie der geht. Aber ich gehe trotzdem immer noch gerne auf die Technik ein. Damit ihr versteht, wie ihr die Beine benutzen müsst. Denn der Backspin ist der absolute Grundmove für alle Power Moves, die jetzt auch in den zukünftigen Wochen dann auch noch kommen werden. Gut. Die Beine sind auf. Ja. Und wir machen so eine Drehposition. Das heißt so eine Kreisposition. Ich stelle mir vor, ich habe einen Stift hier unten an meiner Hacke an beiden Seiten. Und ich will mit der Hacke einen großen Kreis in die Luft malen. Ja. Das heißt, ich mache das hier. Oh. Und das gleiche macht mit der linken Seite auch. Und den selben Kreis. Ja. Das heißt, erst Kreis. Oh. Und den Kreis zu Ende. Hm. Noch einmal. Das rechte Bein kommt dran. Geht hier rüber. Kreis, 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 Kreis. Und setzt wieder ab. Ihr habt schon gesehen. Ich gehe mit dem Oberkörper nach hinten. Das könnt ihr machen. Das ist gar kein Problem. Gut. Erste Seite. Zweite Seite. Genau das gleiche. Aber der muss erst hochheben. Hoch, 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 hoch. Kreis. Und den Kreis zu Ende. Okay. Das heißt, erst rechte Seite, dann linke Seite. Zusammen. Rechts, hoch, links, hoch, und wieder nach vorne. Okay. Noch einmal. Rechts, eins, zwei, und wieder zu Ende. Ihr habt jetzt schon gemerkt, ich starte mit dem zweiten Bein, während sich das erste Bein noch bewegt. Ja. Das mache ich folgendermaßen. Mein rechtes Bein kommt dran. Ich mache den Kreis. Das Bein geht hier hoch. Und sobald ich quasi hier bin, in dieser Position, fängt das andere Bein auch an sich zu drehen. Das heißt, ich drehe meine Hüfte eigentlich noch. Ich drehe mich über den Rücken. So wie wir gerade in dem Belly Wall quasi gemacht haben. Ja. Jetzt mache ich mit dem Bein einfach nur. Rechte Beine ist fertig. Linke Bein einfach nur in den Kreis zu Ende. Und ich sitze mich wieder nach vorne. Gut. Noch einmal. Rechts Bein. Hochziehen. Wechsel. Und zu Ende. Ja. Zusammen. Fünf. Sechs. Sieben. Und einmal drehen. Nach oben. Wechsel. Runter. Hoch. Haben mich jetzt schon wesentlich weiter nach hinten geredet. Das heißt, mein Ziel ist es auch nachher auf die Schulterblätter zu kommen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Beine. Noch einmal. Ich lege mich zur Seite. Wenn das Bein kommt. Nach oben. Ich wechsel. Oh. Links Beins. Oh. So. Okay. Ihr dürft mit dem ganzen Körper arbeiten. Mit den Händen. Was ihr braucht. Wichtig ist halt, dass ihr lernt, diese Bewegung zu machen. Super, super wichtig. Okay. Noch einmal. Ich gehe zur Seite. Bein geht hoch. Wechsel. Oh. Oh. Wieder nach da. Okay. Jetzt haben wahrscheinlich einige von euch, die nicht auf den Teppich geübt haben. Oder nicht auf den Teppich gerade üben. Gemerkt. Ah. Ich drehe mich über die Wirbelsäule. Ja. Und das wollen wir verhindern, indem wir lernen, auf die Schulterblätter zu gehen. Dazu drehe ich mich auf diese Seite. Und ich starte von hier. Und ich will jetzt hier ganz oben zwischen die Schulterblätter. Da würde ich hinkommen. Das heißt, ich lege mich auf die Seite. Jetzt ziehe ich das Bein. Aber ich drücke mich nach oben. Wo. Bis ich hier bin. Und jetzt mache ich die Bewegung zu Ende. Und komme auch wieder nach vorne. Ja. Noch einmal auch von der Seite. Ich drehe hier. Wo. Wo. Oben. Jetzt. Die Füße sind hinter dem Kopf. Dann. Wieder absetzen. Und wieder nach vorne. Ja. Einmal in die andere Richtung. Ich bin hier. Leg mich links hin. Zack. Rechte Bein kommt. Yes. Nach oben. Drückt euch hoch. Yes. Und einmal rechte Bein rund. Und wieder nach vorne. Okay. Wenn man hier hinten liegt, ist das quasi das Gefühl, wie als würdet ihr in einer Kerze stehen. Ja. Das heißt, wenn ich eine Kerze mache. Ich gehe zu in die Kerze. Oh. Das ist eine Kerze. Ja. Okay. Schön gerade. Jetzt habe ich aber die Ellenbogen hier in den Boden rein. Ja. Das wollen wir nachher nicht machen. Aber um zu üben, könnt ihr ruhig eure Hände benutzen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ziehe, nun kann ich meine Hände nach hinten gehen, um einfach stabil zu sein. Ja. Die meisten von euch brauchen das gerade noch. Die anderen, die das nicht brauchen, nehmen einfach die Hände weg und können sich hier ausbalancieren. Der Kopf kann ruhig auf dem Boden liegen. Das ist kein Problem. Okay. Okay, gut. Bis hier hin. Dann drehen wir uns jetzt auf die Seite. Das bedeutet, ich lege mich auf die linke Seite und dann versuche ich Schwung mit dem Bein zu nehmen. Das heißt, hier hin, auf die Seite legen und jetzt ziehe ich mit dem Bein nach oben, möglichst in der Kreisbewegung. Und das zweite Bein zieht hinterher, sodass wir hinten hier auf den Schultern liegen. Okay. Die Füße sind hinter dem Kopf. Die Knie sind so ungefähr auf Kopfhöhlen. Und ich habe die Hände hier oben. Wenn das so viel für euch ist, könnt ihr auch versuchen, die Hände hier zu haben. Aber versucht euch hier auszubalancieren, weil da wollen wir auch hin, weil da drehen wir uns. Ja. Wenn ihr jetzt dreht den Backspin und ihr zieht die Beine an den Körper, versucht die Füße hier oben zu lassen. Ja. Und die Hände gehen in die Knietheere rein. Okay. Das ist so ein Tipp von mir. Ihr könnt das machen, wie ihr Bock habt. Ihr könnt einfach nur die Beine reinziehen. Das ist auch okay. Was ihr nicht machen solltet, ist die Füße oder das ganze Bein zusammenklappen. Wenn ihr das macht, dann rollt ihr über den Rücken, halten da unten Richtung Hüfte. Und dann dreht ihr euch halt nicht mehr richtig auf dem Rücken. Das heißt, ihr müsst versuchen wirklich hier da oben zu bleiben. Okay. So. Und nochmal. Wir sind hier. Versucht mal eine kleine Drehung. Ja. Benutzt die Technik, die wir gerade geübt haben. Und nehmt den Schwung, versucht den ein bisschen mitzunehmen. Ihr müsst jetzt keine 30 Runden drehen, sondern es reicht, wenn ihr eine halbe Runde dreht. Ja. Um einfach so das Gefühl zu bekommen, okay, wie komme ich überhaupt in den Schwung rein. Gut. Ich bin hier. Wir nehmen den Schwung am besten von hier. Ja. Dann rüber. Oh. Bein. Und wir drehen uns. Okay. Und sind dann in dieser Position. Okay. Noch einmal. Fangen wir auf. Drehen mich zur Seite. Drehen auch die Hüfte. Ja. Wir liegen ja nachher sowieso hier in dieser Position. Genau. Was machen wir jetzt? Das heißt, wir connecten jetzt quasi diese Position. Das Bein kommt hoch. Wum. Über den Kopf. Und andere Beine hinterher. Kleiner Tipp mit der linken Hand. Könnt ihr euch auch vom Boden, könnt ihr euch auch so ein bisschen Spin geben. Zusätzlich noch. Okay. Der rechte Fuß, dann der linke Fuß. Wum. Einmal drehen. Auf den oberen Rücken kommen. Ja. Und dann den Backspin sein. Okay. Letzte Mal. Wir liegen hier. Wir ziehen das Bein. Und je besser eure Technik ist, desto mehr könnt ihr ziehen. Und je mehr ihr zieht, desto mehr Schwung bekommt ihr auch. Und dann könnt ihr einen richtig guten Backspin machen. Okay. Ich lege wieder hier. Mit dem rechten Bein. Das erste ziehen. Und das zweite ist, das ist euer Schwungbein. Das zweite Bein richtig normal ran. Okay. Jetzt versuchen wir mit Schwung. Das heißt, wir liegen hier. Let's go. Wum. Okay. Psst. Ja. Gut. Jetzt machen wir den nächsten Übergang. Dazu müsst ihr quasi eine schräge Rückwärtsrolle machen. Das heißt, ich lege jetzt hier. Das, was ich jetzt mache, sieht es folgendermaßen aus. Ich bin hier. Wum. Und ich drehe mich hier bei uns. Und komme so nach oben. Ja. Das ist das, was wir jetzt machen. Das heißt, wir sitzen hier. Und jetzt drehe ich mich über die rechte Schulter. Okay. Oder ich mache eine Rückwärtsrolle über die rechte Schulter. Ich gehe zurück. Und setze mein rechtes Bein auf. Auf den Boden. Das heißt, einmal zurück. Hoch. Hoch. Über die Schulter. Rechten Fuß auf den Boden. Dann das Knie auch absetzen. Dann drücke ich mich hoch. Mit allem was ich habe. Und mein linkes Bein kommt direkt nach vorne. Das heißt, ich setze mich nicht mehr hier auf. Das linke Bein kommt sofort nach vorne. Ich bin in dieser Position. So. Gut. Noch mal. Und hier. Alles ganz langsam und ganz relaxed. Ich drehe mich zurück. Über die rechte Schulter. Euer Kopf hilft euch dabei. Das heißt, wenn ihr mit dem Kopf nach rechts guckt, dann dreht ihr euch auch automatisch ein bisschen mehr über die rechte Schulter. Einmal zurück. Nach rechts gucken. Hände nach oben. Und einmal rechten Fuß absetzen. Linkes Knie absetzen. Und jetzt drücken wir uns hoch. Und die linke Bein kommt nach vorne. Yes. Wir machen direkt von hier weiter. Wenn wir hier sind, machen wir einen Haken. Das heißt, unser Gewicht kommt vorne drauf. Ja. Unser linker Fuß ist unterm Hintern. Und jetzt machen wir einen Sweep von außen. Und gehen in einen Haken rein. Yes. Sehr nice. Okay. Gut. Bis dahin. Ich gehe zurück. Wum. Aufsetzen. Sein Fuß. Lenker Fuß kommt nach vorne. Nehmen die Bewegung mit. Sweep. Wum. Und gehen in den Haken rein. Okay. Wenn ich jetzt den Backspin mache. Ich liege hier. Backspin. Ich drehe mich. Wum. Und gehe in den Haken rein. Okay. Und komme bis hier hin. Dann drehe ich mich aus der Bewegung. Drücke ich mich nach oben. Sodass ich hier rauskomme mit dem rechten Fuß aufsetzen. Knie absetzen. Lenches Bein nach vorne. Ein Sweep. Hier rein. Okay. Das heißt, die ganze Kombination sieht so aus. Ich versuche es mal flüssig. Nicht ganz so schnell zu machen. Ich drehe mich. Wum. Raus. Und rein. Genau. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingedreht. Aber das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt das auch langsamer gehen. Okay. Noch einmal. Ich mache Backspin. Wum. Ich komme jetzt hier hin. Die Beine sind hier. Und jetzt drücke ich mich einfach nach rechts. Das heißt, ich gucke wieder nach rechts. Rechte Fuß absetzen hinter mir. Knie auf den Boden. Ich komme nach oben. Linkes Bein nach vorne. Nice. Rechtses Bein nach vorne. In dem Sweep. Und einen Haken hinterher. That's it. Bis dahin. Okay. Wenn wir hier sind, aus dem Haken, gehen wir sofort wieder zurück. Das heißt, die Bewegungen, die wir nach vorne machen, machen wir auch wieder rückwärts. Das heißt, wir machen den Sweep auch wieder rückwärts. Und setzen den Fuß hier auf. Dass wir quasi in einer Knee-Freeze-Position sind, ohne Knee-Freeze zu machen. Ja. Das heißt, nochmal. Ich gehe hier rein, mache den Haken. Wum. Komm wieder raus. Und zack. Fuß nach hinten. Genau. Tricky Part dabei ist, dass ihr halt wieder hoch gehen müsst. Weil hier seid ihr mit dem Hintern oben. Wenn ihr jetzt reingeht, hier gehe ich auch runter. Und gehe rein. Und wenn ich jetzt rückwärts gehe, das heißt, das Bein wieder raus, dann muss ich auch wieder nach oben. Boom. Okay. Genau. Das heißt, wir müssen mit dem linken Fuß wieder raus. Perfekt. Ja. Und von hier aus gehen wir ganz relaxed in einen Kopfstand, in einen Head-Freeze. Okay. Das heißt, wir setzen das Bein auch wieder nach hinten. Ja. Setzen den Kopf auf. Die Hände nach vorne. So dass ihr die Hände sehen könnt. Und von hier aus gehen wir hoch und machen einen Freeze oben. Yes. Auf den Kopf. Was für einen Freeze ihr macht, ist völlig egal. Ja. Aber wichtig ist, dass ihr halt mit den Beinen eine bestimmte Position macht. Ja. Wenn ihr Bock habt, so zu machen. Boom. Ist in Ordnung. Okay. Wenn ihr reingeht, macht so. Boom. Auch okay. Ja. Beine aufmachen. Verschiedene Formen. Versuchen mit den Beinen zu machen. Okay. Vom Backspin aus. Wir legen hier. Wir legen den Backspin ganz easy. Einmal mit Schwupp. Boom. Und aus der Drehung raus. Nach hinten. Knie absetzen. Fuß kommt nach vorne. Wir gehen jetzt Sweep. Innenhaken rein. Sweep. Wieder zurück. Legt das Bein auch zurück. Direkt Kopf drauf setzen. Und den Schwung. Nehmen wir mit. Und machen einen Freeze. Okay. Wenn ihr einen Kopfstand macht, braucht ihr diese Dreiecksposition. Okay. Ich weiß, die meisten von euch wissen das. Aber ich wiederhole es nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Ihr habt drei Punkte. Eins, zwei und drei. Und auf diesen drei Punkten steht ihr am Boden. Das heißt, ihr müsst eure Hände vorne sehen. Wenn ihr die Hände neben dem Kopf habt. Das heißt, in einer Linie. Dann kippt ihr auch leichter nach hinten oder nach vorne um. Hier habt ihr mehr Stand. Okay. Und könnt mehr Figuren machen. Okay. Position. Übergänge. Okay. Und wechseln. Deshalb super wichtig, eure Hände nach vorne. Ich habe es immer so, dass meine Fingerspitzen gucken nach außen. Manche stellen sich lieber so hin. Manche stellen sich lieber komplett so hin. Ich habe meine Finger am liebsten immer nach außen. Das ist für meinen Körper fühlt sich das am besten an. Das heißt, für euren Körper müsst ihr auch eure Form finden, was sich am besten anfühlt. Das, was sich am besten anfühlt, ist auch für euch dann in dem Moment am meisten richtig. Okay. Im Prinzip ist das die komplette Kombination. Das heißt, wir gehen das einmal von vorne bis hinten durch. Wir fangen an mit dem Cross-Tap. Dann kommt der Sun-Tap. Dann Indian Twist. Drei Stück. Bein überkreuz. Drehen auf. Wir machen einen Break-Free-Go-Down. Wir machen einen Belly-Roll. Wir machen einen Backspin. Von der Backspin diese Rückwärts-Roll-Position. Von dem Sweep in den Hook wieder zurück auf den Kopfstand. Okay, zusammen. Fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Achtung. Sorry. Noch einmal von vorne. Fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei. Salsa. Kip. Step. Kip. Step. In den Twist. In den Twist. Noch einmal. In den Twist. Reiß. Drehen. Auf. Runter. Bein rüber. Nach unten. Belly-Roll. In den Backspin. Aus dem Backspin raus. Knie absetzen. Nach vorne. Sweep rein. Sweep zurück. Auf den Kopf. Und freeze. Yes. Jetzt. Jetzt. Okay. Noch ein Tipp für den Übergang in den Headspin. Oder generell beim Breaken. Versucht euch Punkte zu setzen, wo ihr atmet. Das heißt, ich stehe da mal auf. Ich mache nochmal zusammen. Top Rocks sind relativ easy wie Laufen. Da hält ja auch keiner von euch die Luft an, sondern ihr atmet einfach. Aber manchmal brauchen wir unten am Boden mehr Kraft an bestimmten Positionen als anderswo. Das bedeutet folgendermaßen. Ich versuche mal laut zu atmen. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Und. Salsa. Und in den Twist. Atmen wir ganz normal. Rüber. Jetzt zum Beispiel. Das sind alles einzelne Positionen, wo man atmen kann, wo ihr nicht atmen müsst, aber die euch helfen dann auch in dem Moment mehr Kontrolle zu haben. Auch wichtig ist einfach eure Form zu trainieren. Form bedeutet, wenn ich zum Beispiel den Sweep Übergang in den Hook und wieder zurück mache, wie benutze ich meinen Körper, wie habe ich meine Beine. Heißt, wenn ich jetzt hier sitze und ich ziehe mein Bein in einer guten Form. Gerade. Und hier rein. Und ich gehe auf den Weg, so wie ich reingegangen bin, wieder zurück. Okay. Dann habe ich eine gute Form. Und die gute Form hilft mir, mich besser zu bewegen. Das macht mir das einfacher, mich zu bewegen. Und dann habe ich mehr Kontrolle und auch mehr Ausdauer. Eine schlechte Form ist zum Beispiel das hier. Ich bin hier und mache das dann hier. Okay. Ich stehe jetzt hier zum Beispiel und versuche jetzt hier wieder zurück zu kommen. Bis dahin, das wäre eine schlechte Form. Das ist jetzt übertrieben. Aber in dem Moment, wo ich eine schlechte Form habe, brauche ich auch mehr Energie. Ja. Und es sieht auch langsamer aus und nicht so elegant, wie es aussehen sollte. Deshalb achtet bei jeder Bewegung, bei jeder Kleinigkeit immer darauf, okay, wie sitze ich? Wie habe ich meine Beine? Wie habe ich meine Hände? Ja. Wie ist meine Position im Raum? Wie ist meine Position vom Körper her? Gut. Das kannst du nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder zurück auf den Kopf und in den Fritz. Ja. 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 Okay. Ihr seht, sogar für die Profis ist es nicht einfach. Deshalb gebt euch Zeit zu Hause. Ja. Übt es langsam, Schritt für Schritt. Und dann wird es auch gut aussehen. Gut. Noch einmal langsam und dann auch Musik. Dann machen wir noch ein kleines, klitzekleines Workout. Es sind vier verschiedene Übungen, die ihr zu Hause machen könnt, um einfach den ganzen Körper fit zu halten. Gut. Vor vorn. 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 4, 6, 8 und 1 ist der Fies, gut, einmal durchatmen, den Körper locker machen, die Beine lockern, dann einmal Musik an. Als allererstes, eben auf die Musik. 5, 6, 5, 6, 7, let's go. Wie gesagt, guckt ihr, dass ihr es langsam übt, eure Form gut hinbekommt und dann werdet ihr auch schnell und dynamisch und könnt euch gut kontrollieren. Gut, zum Ende hin, noch ein kurzes, kleines Workout, wir fangen an mit Push-Ups, dann machen wir was, Push-Ups für den oberen Bereich, für den Schultergürtelbereich, dann machen wir Crunches, zwei Arten, das für den Bauch, dann machen wir Squats und dann nochmal eine Übung auf den Bauch für den hinteren Rücken, das heißt, wir haben den Part, den Part, den Part und den Part und dann haben wir ein schönes Workout für den ganzen Körper. Wir machen von jeder Bewegung zehn Stück und das Ganze macht ihr dann dreimal hintereinander, das heißt, drei Push-Ups, drei Crunches, äh, zehn Push-Ups, zehn Crunches, zehn Rückenstrecker und zehn Squats und das Ganze dann dreimal hintereinander und dann habt ihr ein ganz gutes Training. Versucht so wenig Pausen wie möglich zu machen, sondern das in einem direkt durchzuziehen. Okay? Gut, wir fangen an mit den Push-Ups, dazu machen wir den ganzen Körper eine gerade Linie, die Hände kommen eng an den Körper und die Ellenbogen kommen auch eng an den Körper, das heißt, die Ellenbogen gehen nicht zur Seite weg, sondern die kommen hier an die Seite dran. Wir legen uns nicht ab, sondern nur, dass die Nase speziell am Boden drührt und pushen uns wieder nach oben. Davon machen wir zehn Stück. Jetzt kommen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Super. Okay, als nächstes Crunches für den Bauch. Wir legen uns auf den Rücken. Es gibt zwei Varianten, wir können einmal die Fersen unten in den Boden rein drücken. So gehen wir sicher, dass unser unterer Rücken auch komplett am Boden aufliegt. Wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass euer Rücken am Boden aufliegt, dann könnt ihr versuchen, euren Bauchnabel nach innen zu drücken, das heißt, die Partie hier zusammen zu drücken. Mein Oberkörper geht in Richtung Decke, das heißt, ich gehe hier nach oben, da nach oben und meine Hände sind auf dem Kopf, nicht hinter dem Kopf, weil dann leigt man dazu, dass man seinen Kopf immer reißt und dann gibt man nur Headbanging, aber keine Bauchmuskeln. Das heißt, Hände auf den Kopf, oben drauf, noch ablegen und dann geht es mit dem Oberkörper nach oben. Wenn das zu viel ist, könnt ihr die Hände auch vor der Brust verschränken. Das ist auch noch. Okay, zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, gut. Nächste Übung. Hände hier hinlegen, Beine gerade machen und dann legen die Beine einmal hoch und pushen nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Füße nicht ablegen. Eins, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Jetzt haben wir quasi einmal die obere Partie, wo wir das hier gemacht haben, obere Partie und jetzt gerade die untere Partie von den Bauchmuskeln. So haben wir den ganzen Bauchmuskelbereich. Okay, dann einmal den Rücken. Das heißt, wir legen hier gerade auf dem Boden. Können wir uns einfach umdrehen. Okay. Und deswegen nehmt ihr alle. Macht die Rotten. Okay. Aber das will ich gar nicht machen. Hände nach vorne. Okay. Füße nach oben, also anheben. Und dann versucht ihr eure Hände einmal hinten, Rücken, hinter dem Rücken zu berühren. Und wieder nach vorne. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Yes. Diese zehn. Dann stehen wir auf. Jetzt haben wir einmal den unteren Rücken gemacht. Füße sind so ein bisschen auf und so leicht schräg nach außen gedreht. Und jetzt gehen wir mit dem Hintern nach hinten. Ja. Ich zeige es euch mal von der Seite. Hinter geht nach hinten, sodass eure Knie hinter den Fußspitzen bleiben. Ja. Das ist super wichtig. Das heißt, wir gehen nicht so nach vorne. Das ist nicht gut für die Knie. Sondern der Hintern geht nach hinten. Und dann ruhig ganz nach unten. Full Range of Motion. Das heißt, die komplette Bewegungsstrecke. Und dann wieder hoch. Aber nur hier die Beine angewinkelt lassen. Nicht gerade machen. Sondern angewinkelt lassen. Weil wenn wir durchdrücken, geht das jedes Mal aufs Gelenk. Und so schützen wir das Gelenk. Der Hintern geht nach unten. Eine nach vorne zum Ausgleich. Und wieder hoch her. Zehn Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Okay. Gut. Das ist das komplette Workout, was ihr für den Körper machen könnt. Push-ups. Crunches. Dann mit langen Beinen nach oben. Rücken. Einmal die Hände hinter dem Rücken. Und als letztes einmal die Squats. Und dann würde jetzt direkt der nächste Durchgang kommen. Und danach nochmal der nächste Durchgang. Und dann seid ihr auf jeden Fall auch schon am Schwitzen. Und dann dürft ihr duschen gehen. Okay. Das war's von mir. Vielen Dank an Monski Moog. Und Mind the Mind. Mein Name ist Stevie. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace.